Ich hab mir voll viel Geld angeboten. Ich hab mir den Mittelpunkt vom Laden ausgelauert und gesagt, wie soll das denn sein? Aber ich wollte nicht. Bülia hat ausgemacht, Alarmeser. Bülia. Wie hast du die Stande mehr ausgemacht? Ich hab vorhin noch nie was Krimi gemacht, echt nicht. Ich bin auch gar nicht adikt dafür. Und Alarmeser ist immer der Verzeihung. Da wollte ich am liebsten sofort alles sagen. Erst hat Jürgen mir noch mehr Geld angeboten. Aber das hat mich auch nicht mehr interessiert. Ich hab mir so noch keinen Cent an ihm gesehen. Der muss den ganzen Kram aber auch erstmal loswerden. Die Polizei, wir müssen ganz in die Polizei. Stopp, das geht nicht. Das will er nicht. Ja, du hast Angst, wenn deine Mutter was tut. Ja, das kann ich nicht. Die Polizei kann das nicht nur, ja? Die werden das ausfinden und dann wird sich alles klären. Und dann hat sie keine Angst mehr. Du musst doch mal überlegen. Ach, scheiße. Es gibt auch nicht weiter. Ich bin mit der Polizei. Das ist das Beste, was wir machen. Ich bin mit Collis in die Polizei. Und wenn ich das wieder anders überlege. Eigentlich war ich ja sau auf sie, weil sie uns so hintergangen hat. Aber irgendwie tat sie mir ein. Das ganze Auto fand nur Gewalt. Nicht nur, weil sie sich schämt. Sondern auch, weil sie Angst hatte, dass sie nur Strafwirkung ist. Das ist ja alleinerziehend. Aber der Arte meinte, dass ihr im Ständnis Strafgeld ist. Das ist ja alles. Es gibt sie gar nicht. Aber in Sautermin geht sie vielleicht nicht. Das ist schlimm, das passt euch nicht. Aber Marco hat sich nur. Warum man den Schritt in die Öffentlichkeit wagt. Die Hintergründe des Sensationsinterviews. Das ist eine Ex-Freundin jetzt führen muss heute. Ein Exklusiv. Der nächste Sensationspreis bei Rewe. Verschiedene Sorten Coca-Cola für Wacke. In der 2 Liter Blaschenflasche. Am liebsten essig eine Apfeltasche. Dort haben wir das jetzt. Wo bist du? Hier. Der nächste Reise. Oh, du bist. Das war bestimmt zu teuer. Nein, war doch nicht genau. Richtig. Guest Tricks. 200 Euro in den Staren und für nur 599 Euro. Mit Aukleus in das Frente Ventura Francis Hotel. Ja, das ist das ganze große Kino. Hier haben wir den Festival, der Spaß.